Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder bei Prince of Persia und hier sind ganz viele Schalter. Wuff, gab es eine. Ihr erhaltet Erinnerungen. Diese Macht lässt euch die Zeit zu einem Punkt zurückdrehen, an dem ihr noch sicher wart. Ah, okay. Also können wir wie mit dem Dolch dann wieder die Zeit zurückdrehen mit R. Es scheint, als habe ich eine der Zeitkammern entdeckt, von denen der alte Mann sprach. Aha. Aha. Und da sind auch gleich wieder Kumpels am Start. Vergeht mir mein Versagen. Haha. Toll. Was? Dort oben ist eine Kiste. Ich habe eine Kiste gesehen. Und da ist ein Schalter. Der war vorher kaputt. Das bedeutet, wir töten wieder. Tötern. Jennet'r. let's go down. 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 have the combined Kuss. Die Hauptwaffe bleibt und die restlichen... Also die Zweitwaffe sozusagen verschwindet dann irgendwann. Weil geworfen habe ich die ja nicht. Hüpf! Na komm, rum! Da ist eine Kiste und die machen wir auf. So, und einmal rundherum. Bitte. Na komm, ist schon noch. Und rüber. Hier müssten wir bei dem Charter sein. Genau. Und jetzt geht's abwärts. Und durch. Die Herren, die den Tod sehen. Was, die Herren? Welche? Und von wo hat der Typ gerade gequatscht? Soll ich jetzt hier lang oder muss ich jetzt da lang? Okay, hier lang sieht's schlecht aus. Hm. Okay. Also hier lang. Jawohl. Au! Ha. Aha. Hier könnte man wieder speichern. Und die Völke bänden. Da wär's aber gerade mal zwei Minuten. Eine zwei Minuten Völke oder so. Ich weiß nicht. Okay. Wollt ihr speichern? Wollt ihr speichern? Aber. Warte mal. 17. Äh. Fünf. Fünf. Fünfvierzig. Aber gespeichert's. Speichern wir nochmal. Weil das ist ja die gleiche Aufnahme noch. Und jetzt gucken wir mal, wenn wir jetzt neu laden. Okay laden. Wär schlecht. Okay. Okay. Eins mach ich noch. Und bis zum nächsten Zweifelscheid mach ich noch. Und dann werde ich diese Folge beendet. Aufnehmen! Dahorn! Hässcht ihr sehn, Eindring Cur. Wie willst du das machen? Der Nächte bitte! Das ist unnötig! Doch, siehst du doch! Ich töte euch alle! Oh je! Jetzt haben wir wieder ordentlich eine mitgekriegt! Die sind auch weg! Aue! 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 Du kriegst ordentlich eine mit, mein Zwei! Yippie! Schön! Haben wir noch eine Sekundärwaffe? Klar, aber dafür nehmen wir jetzt mal so... Was nehmen wir dafür mit? Das ist eine Axt! Axt-Klinkgut! Eine Axt-Klinkgut! Wow! Ach, die kennen wir schon aus dem ersten Teil! Und hier muss ich garantiert einfach nur rüberhüpfen! Jawohl! Nein! Und da drüben wieder runter! Denk ich jetzt einfach mal so spontan! Und hüpf! Wie ist das? Scheiße, ich hätte einen Köpfen können! Für diese Kühnheit werdet ihr zahlen! Was denn? Da ist doch schon tot! Au! Au! Mein Gott, machen die einen Schaden! Meine Güte, machen die fallen einen Schaden! Und ich sehe dort was zum Speichern! Also werden wir jetzt alles töten und dann auch speichern! Weil hier stehen ja noch ein paar Hansels rum! Na, dann schauen wir mal! Bamm, bamm! Jawohl! Jawohl! Haha! Warte mal! Uns fehlt ja schon wieder eine Sekundärwaffe! Die haben wir jetzt mitgenommen! Da haben wir wieder... Wow! Ein Schwert! Was wird man hier kriegen? Ein kleines Stück Speer! Ne, das machen wir nicht! So, da speichere ich jetzt hier! Und da würde ich sagen... Bis zum nächsten Mal! Und ich hoffe es hat euch gefallen! Und schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein! Tschüss! Und dann ist das mal wieder ein kleines Stück! Und dann ist das mal wieder ein kleines Stück!